Ich habe mal ein kleines Ründchen aus dem Stream für euch, ja, mit dem guten Xidi zusammen. War eine recht interessante Runde, oder am Anfang ein bisschen, ja, war jetzt nicht ganz so gut von mir, sage ich mal. Also der Frosch war wieder real und, ja, falls ihr euch fragt, warum ich die anderen Runden, die jetzt so kamen, ohne Facecam, ohne Begrüßung am Anfang oder sowas, warum die so hochgeladen wurden, ganz einfach, die Runden habe ich meistens in der Nacht geschnitten und da dann so ins Mikrofon zu brüllen, wenn Grill nebenan schläft, ist vielleicht nicht ganz so gut, deswegen, Entschuldigung. Und jetzt viel Spaß mit der Runde aus dem Stream. Oh, der hat die Messer, ey. Ich beneide ihn, ich will das auch. Nur als Skin, oder was? Ja, du kannst ein Messer ziehen, halt als Waffenskin, dann rennt der nicht mit Fäusten rum, sondern mit einem Messer. Das ist extrem selten. Das ist das seltenste Item. Ein Labar für den Huni ja auch, und nur Kohli, die ein paar Chests. Ja, gib mir den Huni. Ah, Lauer vielleicht. 15, gibt Geld. Oh, der Server laggt. Gar nicht. Ich drücksehe jetzt das ganz normal. Ähm, ein Spot. Dann zwei. Oh Gott. Oh, ich bin weggeflogen. Ich habe aber nicht da gelandet, wo ich landen wollte. Ich habe zumindest eine Waffe. Ich nicht. Jetzt schon. Uh. Eisboile wird beschossen. Oh, oben? Ja, hier oben. Einer hat sehr viel, äh, gefressen. Da ist er. Der andere pusht gerade runter. Der loont jetzt. Ah. Wo sind die? Müssen wir mal ein bisschen... Nö. Hier ist Rüstung, wenn noch jemand braucht. Zähl dir, komm her. Oh, du bist ganz da hinten. Oh, weih, weih. Ist da drin, wo Eisboile ist. Wo sind denn die hin? Keine Ahnung. Einer kommt, glaube ich, gerade. Doch, da war einer. Äh, über mir. Oh, da oben. Jo, moin. Einer ist hier vorne. Direkt neben uns schon. Hinter mir einer. Äh, über mir, Xivir. Über. Ja, ich habe ihn da sehen. Ich versuche, die... Hast du ihn? Good job. Äh, hier oben? Au. Einer ganz oben auf dem Dach immer noch. Der Sack, der kämpft da die ganze Zeit. Hier vor uns, vor uns. Da oben ist er. Über dir, Xivir. Direkt über dir. Was zum Ecker? Ey, das gibt's doch nicht. Was? Papi. Wer hielt mich? Lol. Was ein... Fuck fest gerade, ey. Ich habe noch ein bisschen Heilung hier. Einer muss noch da sein, oder? Jetzt reicht es mir, aber wo ist der hin? Wo ist der denn hin? Der Sack ist die ganze Zeit hier oben auf dem Haus rumgegeiert und hat auf uns runtergeschossen. Mhm. Und jetzt ist er weg, oder was? Hm. Ja, gut. Wolland? Sollen wir noch, äh, hier hinten looten? Ich glaube, ich habe ihn hier gerade gehört. Ey, den... Wo? Da oben ist er. Oben. Ganz oben. Sehen. Ja, ich komme nicht aufs Dachbuch. Papi. Nice. Ah, du hebst ihn auf. Okay. Demi geht schneller. Stimmt. Da hast du recht. Ah. Ups. Ich gebe dich auf. Warte, bleib einfach hier. Mal direkt schnell. Ich habe fast gar keine Munition. Hier ist eine Heilung. Oh. Da ist er. Der hat richtig gefressen. Nein. So lange wir noch leben, ist alles gut. Aber ich hätte gerne Munition. Gib mir mal einen Kitz. Gib mal bitte einen Marker, äh, Kugel. Ja, ich finde ich mal gerade den hier unten. Ich brauche deine Munition. Oh, der hat keine Rüstung mehr. Oh, das sind noch zwei. Da und da. Wah. Von hinten auch noch. Hier. Der hat ein lila Schild. Das ist nicht gut. Kannst du mal nur runter? Pass auf, X-D. Du kannst doch nicht looten. Da ist direkt hinter uns einer noch. Könnte sein, dass der jetzt durchs Portal durchkommt. Ja. Ich sehe ihn nicht. Aber er hat sich auch im Portal gemacht. Nein. Jetzt von hier. Das war ich. Warum schießt du auf mich? Da oben rennt er. Ui. Ist hier in einem Gebäude drin. Ah, hier ist er. Bei mir. Bin unterwegs. Wo ist er hin? Okay. Hol ihn dir. Du schlüpfriger kleiner Kerl, du. Endlich, ey. Hm. Da ist doch mindestens was. Oh, der Schild kommt schon, Leute. Oh, okay. Warte. Ich kann mir ein Ulti-Recharger reingehen und dann. Aber wir sind ja nah an der Zone. Mann, ey. Was war das denn für ein komischer Kampf hier? Hier sind die Nächsten. Bei mir. Was? Bei dir? Marke? Nee, oder warst du das? Ich warte. Bist du gerade über mich drüber gesprungen? Okay, gut. Ja, dann machst du das. Sorry. Ich habe nur über mir Steps gehört und ich dachte, das wäre... Weil ich habe dich nicht gesehen. Ich war... Verwirrt. Hm? Verwirrt. Yep. Hm. Bin den ganzen Tag schon verwirrt. Ich sehe nur noch Schüsse. Ich werde einen Drop runterschicken. Ich habe einen Extended-Mack hier noch, so ein kleines. Wenn man da kommt. Ja. Aber du kannst es gerne ausprobieren. Ähm... Jemand Heavy-Ammo zu vergeben? Zufällig. Ja, nehme ich mir mal. Sonst... Ich gucke mal hier hinten, ob hier noch was ist. Ich brauche auf jeden Fall Munition. Ja, Moment. Dafür gucke ich erstmal hier vorne. 20 Schuss jetzt nicht sooo... Pumpt Muni. Pumpt Muni. Ich habe nichts. Habe ich auch nicht. Ich habe auch nur diese blöde Auto-Shotgun, die ist kacke. Aber ich habe einen schönen Skin dafür. Oh je, Mini. Ich habe echt gar keine Munition mehr. Ja, Skill Monkey. Dann go for it. Ah, hier kommt Muni. Turbulada. Uh. Ich brauche auf jeden Fall Heavy-Ammo. Ich habe die Muni mal mitgenommen. Für euch. Ah, Turbulada. Uninteressant. Guck mal, was hier unten im Loch noch vielleicht drin ist. Aha. Uh. Oh. Toll. Warte mal. Oh, ich brauche jetzt auch keine Pokémon. Das ist ein blauer Helm. Jo, könnte ich gebrauchen. Ich habe gar keinen. Warte zu nehmen. Ah, bin schade, bin schade. Jetzt habe ich mindestens einen Friedensstifter. Das ist doch schon mal was. Hey, Mini. Hallo Traumloot. Willkommen. Also, ich bräuchte noch ein bisschen... Puh. Äh. 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 Ich habe auch fast gar nichts. Leider. Wir gucken mal weiter. Das sind auf jeden Fall Luten. Hm. Ich habe hier noch ein paar Sachen liegen. Ja, ich brauche Munitionen. Echt? Äh. 4, 8, 5 und 6. War ja nicht. Ne. Oh, die Zone springt schon wieder weg. Ich gehe mal schon mal mit Portal Richtung Zone. Könnte hinterher kommen dann. Wollen wir da bei dem, äh... Sporn? Hinten? Hinten? Äh. Ich gehe mal gerade hier hinten rum. Weil das... Einfach weil das näher an der Zone ist. Weil wir können da hingehen, wo die drei Kisten sind. Meinst du, ne? Hm. Ich guck mal, ob die offen sind schon. Ja, die sind schon offen. Okay. Ja, ich komme zurück. Oh, bei mir sind Gegner. Ich meine, ich habe hier gerade was gesehen. Ja, da sind drei Leute. Ich habe Granaten noch. Äh. Ich würde da mal rein feuern. Ich sehe nichts. Ich kriege nichts mit. Ich kriege nichts mit. Jupp. Ist einer runter gesprungen. Einer ist down. Da ist doch noch einer hinter mir. Ah, wieder so. Hinten? Ja, ich habe nichts. Ich werde jetzt sterben. Ich habe kein Leben. Kein gar nichts. Wenn ich einen Treffer kriege, bin ich tot. Und ich werde nicht getroffen. Wow. Ja, bei dem Auto. Ja, ich muss mich gerade erstmal heilen. Ich bin aber gleich wieder so weit. Zum Glück kam da gerade noch ein anderes Team. Ah. Wir sind immer noch da oben am Berg. Immer noch am Auto. Wir haben ihn gescannt. Einer ist weg. Alter ist hochgegangen, ne? Komm mir hoch. Ah. Ich gehe mal vor. Die heilen sich gerade. Zwei down. Hallo. Hallo down. Das war zwar nicht das schönste, was ich gemacht habe, aber es war effektiv. Mhm. Komm hier hoch, Eisbeule. Kann ich die Heilung troppen. Döp, 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 döp. Ah, Hilfe. Hm, nicht gut. Wir haben die Zone im Arsch. Schnell runter. Wir können die in der Zone drin halten vielleicht. Ich habe die Heilung gesetzt. Jo. Ich brauche eher Schild, aber ich habe noch Schilder, das ist gut. Im schlimmsten Fall gehen die über uns ins Gebäude, ne? Das wäre nicht so schön für uns. Die können auch hier runter seilen und dann von der anderen Seite. Ja komm, lass machen. Ist riskant, aber egal. Jo. Direkt unter uns. Einfach weiter. Äh, Beule? Komm rüber hier. Du bist alleine da. Da oben. Hat relativ viel gefressen. Das ist noch ein Team. Es sind zwei Teams. Ich gehe ins Haus rein. Down. Gibt zwei. Dein Schild ist kaputt. Gibt sich gerade die Schild wieder. Von mir hat irgendwo gerade noch gesteppt. Oh, habe ihn gedown. Da ist noch, noch einer drin. Ja, mache ich. Habe ich. Beide down. Alle down. Das Squad hier. Lange weg. Gut. Ein Squad nur noch übrig, ne? Jo. Machen wir. Loll. Brauche ich noch was? Nö, eigentlich nicht. Ich habe da einen Drop runtergeschickt. Ich könnte noch einen Extended Mag für Heavy brauchen. Ich habe doch hier alle gedowned. Ja, ich muss eigentlich auch eins haben. Ja. Wo bist du denn? Na warte, ich komme. Und Heavy Money brauche ich noch. Ja. Optik. Sechs bis zwei ist ein bisschen was. Ja, Mist. Hm. Hier drin? Ja. Ist da noch irgendwo eine blaue Rüstung oder eine... Hä? Hier blau. Ach, auf die Flatline kann gar kein... Das habe ich schon. Ach, da. Ach, da. Äh. Schockt dann immer brauche ich noch. Kann man hier noch irgendwo Schotty abgeben? Kann ich hier was abgeben. Ja, wäre nett. Ich habe nur acht Schuss. Die ist nämlich nirgendwo was. Dankeschön. Habt ihr die letzten gesehen? Da meine R301 komplett nieder mit einem Legendary Schalldämpfer. Jungs, wir springen uns mal gerade in die Zone. Mhm. Okay. Okay. Würde ich mal fast drauf wetten, dass die schon hier sind. Die hatten ja nichts zu tun. Komm, wir gehen mal hier hoch. Da oben sind sie. Ich sehe sie. Wo? Ganz oben. Ah, okay. Okay, gut. Dann bin ich hier... Gar nicht mal so schlecht. Überhaupt dein Bulletjob macht da oben hin. Gar nicht. Egal. Einfach direkt pushen. Lass die überhaupt nicht snipen. Die snipen zwar gerade auf mich, aber ist mir egal. Einfach weiter. Treffen mich gut. Mich nicht. Ich bin der Ninja. Der Ninja ist zu schnell. Ob die mich gesehen haben? Jo. Ich habe mich gerade geduckt und der Schuss hat mir eben noch eine Glatze verpasst. So hat sich das angefühlt zumindest. Die treffen mich nicht. Bin gleich bei... Also ich könnte jetzt rein pushen in die... Wie ihr seid ihr weg? Ja, das ist jetzt eingestellt. Runden oder was? Ja. Der eine hat nicht mal ein Heavy Shield. Der hat nur ein weißes Schild. Einer direkt vor mir. Hier. Okay. Bist zu weit. Down. Ist ja ganz allein. Ja, passt schon. Okay. Jetzt passt es nicht mehr. Okay. Ist es dein? Äh... Was ist los? Was ist für was los? Ich halte gar nichts fest. Achso. Achso. Nee, das ist ein Portal. Das ist ein Spiel. Down. Weiter. Letzter. Ist nur noch einer. Pusht ihn. Der hat nicht mal... Nicht mal Level 2 Schild. Wer ist der? Na ja, macht ihn. Der hat sich... Der hat sich abgeseilt, ja. Ja, 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 ja. Der hat sich abgeseilt. Sauber. Good job. Schöne Runde. Würde ich sagen. Hallo Youtube. Hallo. Haha. Warte ne Runde, Alter. Mein Gott. Voll geil. GG Leute. Das ist noch 3. Marvin. Hallo. 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 Hallo.